Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Voice Over für euch und diesmal geht es um die Drake Dragonfly. Die Drake Dragonfly ist ja tatsächlich das aktuell kleinste Raumschiff von Star Citizen und die Designer reden jetzt davon, wie unglaublich spannend es war, dieses Schiff zu designen. Nachdem es jetzt um große Multi-Crew-Schiffe ging, von ja tatsächlich kleinen Jägern bis zu den größten Schiffen, ist die Dragonfly jetzt etwas ganz Besonderes, denn mit der nahenden Alpha 3.0 und den damit prozedural bereißbaren Planeten wollte auch Chris Roberts ein persönliches Transportvehikel haben, das eben einem Space-Motorrad nahe kommt und gerade mit der Arbeit an der Caterpillar, mit der diese Designer vorher auch beschäftigt waren, war es jetzt sehr, sehr spannend, dieses Motorrad zu designen, eben in einem sehr, ja sagen wir, rugged, sehr, sehr industriellen, harten, kantigen Look, was eben aber auch immer eine gewisse Kraft mit sich bringt und das sollte die Drake Dragonfly eben sein. Kein schönes, schnelles Racing-Motorrad, sondern tatsächlich eben etwas, was auch eine Mischung aus Arbeitsfahrzeug und einer Harley-Davidson darstellt. Es war eine sehr, sehr große Herausforderung für das ganze Team und insbesondere der Fakt war eben sehr spannend, dass sie auch zu zweit besetzbar sein sollen und davon wollen sie uns jetzt hier erzählen. Für den Lead-Concept-Artist Gary Sanchez war insbesondere die Arbeit deshalb so spannend, weil es sich hier um ein sehr kleines Schiff handelt, was an fast alle Orte herankommt, nämlich nicht nur auf einer Planetenoberfläche, sondern eben auch im Weltraum unterwegs sein kann mit verschiedenen Flugmodi und das in Verbindung mit dem Manufacturer, also dem Raumschiffhersteller Drake Interplanetary, war ganz besonders spannend für ihn, weil er gerade dort diesen industriellen und ja sehr, sehr kantigen, harten Look bevorzugt und diese Elemente alle darzustellen, war eine sehr, sehr große Herausforderung, aber hat auch eben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Dragonfly war deshalb auch insbesondere sehr anspruchsvoll, weil sie sehr, sehr viele offene Komponenten hat. Das heißt, man kann hier als Artist nicht viel verstecken, es gibt nicht viel die Möglichkeit, etwas hinter Panzerplatten oder Abdeckungen vom Rumpf verstecken oder verschwinden zu lassen. Nein, man muss sehr, sehr viel einzeln designen und dafür war es natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Wie er sich selbst ausdrückt, ist es also ein quasi teures Asset gewesen, die Dragonfly zu designen, weil es sehr lange gedauert hat. Auch dann, als es darum ging, die ersten Flüge mit dem Schiff zu unternehmen, das Schiff also in die Engine zu bringen, ging es nochmal darum, die technischen Details auszuarbeiten. Das heißt, wie funktionieren die Thruster, wie funktionieren die Bodentriebwerke, gerade im Gegensatz dazu, wie der Flugmodus aussieht im Weltraum. Das heißt, als erstes haben sie ein paar sehr, sehr einfache Flüge in der Engine unternommen, um das Ganze ein wenig auszutesten. Und auch das, was man auf der Gamescom-Präsentation gesehen hat, selbst war noch ein sehr, sehr frühes Modell. Intern sind sie bereits deutlich weiter und schon deutlich detaillierter auch in der Boden- und in der Flugdarstellung, damit sich das Ganze tatsächlich echt und wie ein schwebendes Motorrad anfühlen kann. Als nächstes werden sie sich dann der Weiterentwicklung der Dragonfly widmen. Und das wird insbesondere dann den Passagier oder Sozius, den Sitz hinten, enthalten. Der ist tatsächlich so angelegt, dass der Mitfahrer also mit dem Rücken zum Fahrersitz, das heißt nach hinten schaut, ganz klar auch mit der Zielsetzung, dass damit Verfolgungsjagden geschehen können, womit man dann eine Waffe hat, die nach hinten herausfeuert. Der letzte Punkt in der Entwicklung werden dann tatsächlich die Triebwerke und die verschiedenen Modi sein, wie diese angebracht werden. Also wird es noch einen dritten Modus geben, in dem sich dann die Gondeln einfahren lassen und das Schiff eben weniger Platz im Cargo-Space einnimmt. Als letztes in unserer Betrachtung zur Dragonfly kommen wir da zu einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich den Sounds und den Geräuschen, die die Dragonfly macht und die man auch hört, wenn man über die Planetenoberfläche kesselt. Ich muss zugeben, es ist schwierig, das natürlich in einem Voice-Over darzustellen. Ich kann jetzt hier nur wiedergeben, was der Sounddesigner erzählt. Ich kann euch nur empfehlen, hört mal in diesen Teil der Around the Verse Episode rein, denn hier im Hintergrund hört man eben eine phänomenale Soundkulisse. Und wie der Designer dazu sagt, er hat sich den grundlegenden Sound auch für den Starten des Motoren von einer Harley-Davidson genommen. Er wollte eben dieses Rumpeln und Kochen haben, was der Motor von sich gibt, hat das dann aber sehr, sehr stark verfremdet und verändert, sodass im Endeffekt eine Soundkulisse hervorraggekommen ist, die das Motorrad zu einem sehr handfesten, massiven Gerät macht und man wirklich das Gefühl hat, hier auch einige PS sozusagen unter dem Hintern zu haben. Auf der anderen Seite geht es auch hier sehr, sehr viel um die Umgebung, denn anders als im Weltraum, wo man sehr ausgesuchte, klare Sounds hat und ansonsten im Grunde genommen Stille, ist es auf einer Planetenoberfläche und gerade bei dem Fahrgefühl eines Motorrads so, dass die gesamte Umgebung auf das Fahrgefühl mit einwirkt. Das heißt, wie der Schall reflektiert wird von verschiedenen Oberflächen, wie sich in einem Dreh und einem Wendemanöver anfühlt mit einer Dragonfly, der Fahrtwind im Zweifel, auch abhängig von der Atmosphärenzusammensetzung, all das sind Aspekte, die er auch mit berücksichtigt und die dann in sein finales Soundbild von der Dragonfly und eben insbesondere dann dem Flug über Planetenoberflächen mit eingeht. Anders eben sieht es dann beim Flug durch den Weltraum aus, was dann sehr viel angepasster ist. Also im Grunde genommen, da sind sich alle Designer einig, waren es eine sehr, sehr spannende Arbeit bisher an der Dragonfly und sie sind sehr gespannt, was wir die Backer dann damit anstellen, wenn sie denn fertig und Flight Ready ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und see you on the Flight Deck.